So, willkommen zurück zum nächsten Breakfast Display. Wieder mal bei Epiclanding. Jetzt weiß ich weiß, ich weiß mein Name ja fast gar nicht mehr. So lange ist es schon her. Epiclanding. Und mein Freund Blue Vegas, der macht jetzt auch Aufnahme. So, mal gucken, wo die sind. Hier heute auf der Map Terminal manche, viele werden die, glaube ich, kennen. Jep. Auch wieder aus, äh, MB3, ne? Die haben ja viel. Und MB2. Ich kenne es ja nicht so richtig, das Spiel. Nein, stimmt. Ich habe die Map auch. Deswegen kenne ich die Map auch nicht so richtig auswendig. Ah. Okay. Aber bei mir ist eine Aufnahme. Verdammt. Ich bin jetzt zweimal gestorben. Also bei mir ist es auch eine neue Folge. Ach, wir haben den Magic Dream auch dabei. Sag mal was. Magic. Nicht schlecht. Magic, kannst du auch reden. So, 0,3. Du darfst in unserem Video stören. Und 3,2. Echt fail von mir gerade. Der Typ hier ist auch neu in unserem Clan, dass es echt geil, wie schnell die Leute heutzutage kommen. Ah, das war der Magic Dream. Ey, wie süßt du bei den anderen? Der Magic Dream ist... Der Magic Dream ist auch bei uns ein Teamspeaker, aber der Reden kann nicht so werden. Verräter, Verräter. Ich habe auch schon mal zum Beispiel ein YouTube-Video gesehen, wo sie hier in dem Flugzeug sind und sowas. Da dachte ich, kann ich das nicht. Als ich angefangen habe, Brickfuss zu spielen, da hatte ich die Map schon in meinem Kartenmanager. Deswegen dachte ich, die Map wäre von Brickfuss. Da habe ich dann nicht so ganz schnell gecheckt. Denn irgendwie, man hatte die gebaut direkt am Anfang, ne? Ich dachte, das wäre Magic, weil es so ähnlich ist. Ähm, 1,5, let's fail. So besser, hm, Lende. Ja, jetzt hört man nicht. Ja, gut. Aber nicht besser, jetzt hört man uns wieder echo-mäßig. Ach, du Scheiße, dann warte. Let's fail, 1,6. Ach komm, du bist noch am Anfang. Du bist auch ganz erst am Anfang des Let's Playen. Das kriegt man noch raus. Ich fange ja... Ich mache ja auch wieder neue Fortschritte. Ich fange jetzt an, Wii-Spiele zu let's playen. Aber wenn ich das jetzt sage, dann heißt das nicht, dass ihr jetzt schon die ersten Let's Plays sehen könnt. Entschuldigung. Ich will das nicht die Vorfreude vorfragen. Ah, jetzt habe ich den gegeben. Jetzt habe ich den jetzt. Keine Vorfreude. Ich habe bisher auch nur ein Spiel angefangen und das würde euch nicht vielleicht freuen. Jetzt warten wir uns jetzt. Ja. Aber ich höre mich was eigentlich. Da, keine Ahnung, liegt aber eine... Ach, Kinder. Ich habe immer schon in der Ecke verkriechen hier. Magic Dream. Aber es ist flugszeug, ne? Ich finde, ich habe das extrem gut nachgebaut. Na, wie haben wir denn da? Ein Panda. Der leckt hier aber richtig doll hier. Das geht gar nicht. Was sind? So ein Panda-Bärchen hier. Der Franz noch was. Ne, Franzi. Schön auf den Boden werfen, dann machen die schönste Schaden hier. Ja, richtig. Also, wenn wir hier oben. Guckt der Fitnessraum. Guck dir das an, Alter. Das geht gar nicht. Nein, vielleicht ist das auch kein Fitnessraum. Aber die Map hat es schön in sich. Also, mir gefällt es. Jetzt, abgesehen, dass der Typ hier voll rumspackt. Lex mit, äh, wie heißen die noch? Lex mit Whopies. Besser geht's nicht. Ne, Magic. Das the gone. Magic, 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 magic. Magic Dream. Let's play mal, ne? It's magic. Okay, gehen wir mal hier lang. Gehen wir mal um hier rum herum und präsentieren mal die Map, ne? Der Lander macht das immer so gerne. Den nennen mich Fetz. Ich nenne euch Dick. Und zusammen sind wir die dicken Fetzigel. Also, von der Map runterfallen, das geht schon mal. Seit wann gibt's dünne? Seit wann gibt's dünne? Gute Frage. Also, ich würde mal schätzen, ich war ja nicht jetzt jeden Tag auf dieser Map in, äh, MW3, dass die Map schon richtig hundertprozentig gut nachgebaut ist. Also, Flugzeug hier gefällt mir auch zum Beispiel richtig dolle. Er schießt da. Wer will nochmal, der hat noch nicht. Ihr seid ein kleines Arschgesicht. Ich zeig euch ein Gesicht, weißt du. Aber das kann schrecklich weh tun. Ups. Oh, da hab ich dich schön getroffen. Okay, bei Wesi lebt's ein bisschen. Der ist aus unserem Clan, aber nicht schlimm. Auch von mir einen in der Schleppe. Hier unten sieht's auch ganz nett aus, ne? Au, geht down. Ich schätze immer, wenn ich hier drüber springe. Ich hab mich gearscht. Das kann ich mich nicht antun. Wer hat noch nicht? Verdammt. Ah, das hat's jetzt sowas von gebracht. Ah, der Daum zählte nicht. Ja, wir haben gewonnen. Also präsentiert habe ich die Map gut, aber wenn ich mich nicht täusche, hab ich... Ne, doch nicht. Das war mein Mann im Alltag und egal. Hat mir Spaß gemacht. Ciao, ciao. Das war mein Mann im Alltag.